Besuchen Sie uns im Internet auf www.megaplastgmbh.de Besuchen Sie uns online auf www.megaplastgmbh.de www.megaplastgmbh.de Besuchen Sie uns online auf www.megaplastgmbh.de 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 Besuchen Sie uns im Internet auf www.megaplastgmbh.de www.megaplastgmbh.de Besuchen Sie uns online auf www.megaplastgmbh.de 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 Besuchen Sie uns im Internet auf www.megaplastgmbh.de 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 Kaffee Hier füge ich jetzt einfach nur meine Programmierung, 0, Enter und jetzt habe ich hier Ausgang 1 und hier habe ich dann halt hier, sag ich mal, das müsste jetzt einfach nur mit der Neue hingeschrieben werden, Oberstempel, oben Luft und sowas, damit verstehe ich hier meine Punkte. Der passt gerade ein, macht bis 300 Grad und dann schaltet der Rad wieder raus, ein Zyklus aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.